. Keine schönen Aussichten, ne? Das war nicht besonders angenehm, ne? Nein. Dann beginnt die Präsentation. Keine Ahnung, damit ist Gregorius so weit gegangen. Wir müssen etwas tun. Ja, die Kinder sind ziemlich schlecht drauf. Ja, sehr schlecht. Wir sehen Kinder, ob wir nicht... Hallo Leute! Hey, was sind das für Gesichter? Was soll das bedeuten? Warum seid ihr so deprimiert? Was hab ich dir gesagt? Kein Grund zur Beunruhigung. Wir sehen uns mal an, was wir vorbereitet haben. Dann verfliegt die schlechte Laune im Nu. Also dann wollen wir die Elite-Truppe mal mit einem herzlichen Applaus empfangen, was? Gut, dann herein mit euch, Leute. Wir warten schon auf euch. Ein Applaus, wenn ich bitten darf. In dieser Gruppe sind nur die Begabtesten des Studios. Lernt von ihnen. Lasst euch inspirieren. Auf eure Plätze. Elena! Hack it! Oye! Oye! Escuchame bien. Respira y deja de temblar cual papel. Si crees que sí, vuelve a intentar. Y no te rindas ni por casualidad. Oye! 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 Oye!